Mein Name ist Sandro Pfeiffer, ich bin Projektleiter für das TwinWy Projekt in Deckendorf und in Plattling. Die beiden Oberzentrumsstädte liegen im Herzen Niederbayerns an der Isermündung und wir haben uns für den Fördertopf Energie und Umwelt beworben. Und zwar ganz konkret mit dem digitalen Zwilling für ein effizientes und smartes Starkregenmanagement. Wo kommt das Ganze her? Die Idee kommt vor allem aus dem Klimaanpassungskonzept, das sich die Stadt Deckendorf gegeben hat, das für sie erstellt wurde. Und da ist auch ein großer Fokus auf das Thema Starkregenereignisse. Wir selber erleben es, dass das Klima sich im Wandel befindet und wir immer mehr mit Unwetterereignissen und auch Starkregenereignissen rechnen müssen. Welche Wucht das Wasser hat und welches Schadenspotenzial dahinter steckt, das haben wir beispielsweise in Deutschland im Ahrtal gesehen. Und für Deckendorf und Plattling hat sich im Rahmen dieses Konzepts bei der topografischen Situation ein ähnliches Szenario ergeben. Und um dieses Szenario kümmern wir uns im digitalen Zwilling. Wir möchten nämlich gerne den Bürgerinnen und Bürgern darstellen, was passieren könnte, wenn bestimmte Wetterereignisse eintreten. Die Zielgruppe, wie ich bereits erwähnt habe, sind zum großen Teil die Bürgerinnen und Bürger, die auf das virtuelle Distriktmodell zurückgreifen, aber auch die Einsatzkräfte, die neuralgische Punkte im Stadtgebiet kennenlernen. Ebenso ist ein wichtiger Stakeholder auch die Verwaltung, die ihre Infrastruktur besser kennenlernt und damit umgehen werden. Die Vorteile liegen ganz klar in der Simulation von Starkregenereignissen, durch die wir transparent aufklären und die Bürgerinnen und Bürger dann selbst simulieren können, wie es denn beispielsweise bei Ihnen am Grundstück im Falle eines Hochwasserereignisses durch Starkregen ausschauen könnte. Zum anderen liegt der große Vorteil, wie ich auch bereits erwähnt habe, in der Infrastrukturanpassung der Chance, die Infrastruktur kennenzulernen und die Entwässerungsinfrastruktur, sprich das Kanalsystem dann in Zukunft auch entsprechend leistungsfähig zu gestalten. Das war's aus Deckendorf und Blattling.